Die Schweiz ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Welpapschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 70% des Gesamtvolumens. Gut 30%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur ca. 70% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Neu in der Schweiz sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder mal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Vögeli können auch sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution.